Hallo ihr Lieben, ich bin's der Oli P, Oli Pezzocard und ich kann was, was ihr nicht wisst. Und zwar, einmal lustige Geräusche machen. Aber das wollte ich gar nicht zeigen. Ich kann zaubern. Zum Beispiel, hier seht ihr zwei Ringe, die ineinander verhakt sind und jetzt sind sie auseinander. Aber das wollte ich auch nicht zeigen. Und zwar, mein Trick ist, ich kann das mit der Zunge machen. Schaut mal. Viele machen morgens Yoga oder Sport und ich mache einfach die Zungenakobatik. Probiert es einfach mal aus. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn nicht, schaut es doch mal von vorne. Vielleicht klappt es dann. Tschüss.